Bevor es jetzt losgeht, checkt gerne meinen Partner ab, aowar.com, Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr Rocket League Items, Chests und Keys kaufen und auch verkaufen. Und mit dem Wutscheincode AnyArch spart ihr dabei noch satze 3%. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Die mittleren Runden waren eher so, Dom, was ist los mit dir? Jetzt gerade hatte ich ein paar geile Runden und jetzt geht es wieder so ein bisschen los, wo ich ein bisschen schwächel. Aber Neko ist gerade zu, Stelle und das ist halt wichtig. Wenn Neko da ist, ist immer alles super. Mehr braucht man ja auch nicht. Solange Neko da ist, ist es mal... Wenn einer uns durchcarries, ist das schon in Ordnung. Und jetzt nochmal eine... Wir haben schon eine 3-A-August. Jetzt ist nochmal eine 4-A-August raus, Leute. Der hat nicht. Also vielleicht nicht. Hab ich nochmal? In die Mitte, ja. Den kannst du eigentlich? Ja, der hat den aber nochmal gehabt. Da warst du mir im Weg. Da war ich mir im Weg. Da musst du haben, ich geh weg. Schönes Ding. Äh, den hab... Ja, hab ich, aber ich kann ihn nur... Na. Ich wusste nicht, wie ich ihn spielen soll. Ich wollte ihn über die eigene Wand spielen, aber das war mir zu gefährlich, um ehrlich zu sein. Ja, die waren auch schön weit weg, da hättest du noch machen können, aber dann... Ich wusste es halt nicht. Das war zu spät. Schade. Ich wollte es zuerst callen, so... D-Sync, okay, super. Aber ich hab dann gedacht so, boah, ne. Machst du mal lieber nicht, so. Ah, kann ich vielleicht noch nehmen? Oh, ne, es ist nicht, momentan nicht so, nicht so meine Spiegel. Hast du noch? Ja. Silber? Ja. Komm, ja, 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 ja. Ja, war jetzt davor. Ja, jetzt den... Hab ich. Elchen geschossen, wenn der so ein We-Baum gewählt. Ah, ja, ist okay. Gut. Brauchen wir mal. Okay, dann geh ich, dann geh ich drauf. Deiner? Ja. Oh. ja leute 1 1 aller wichtiges ding weil ich wieder da bin sehen die oben gut, ja und blöd du dran liegt da hatte kein Bruce mehr ahhh ta.. der hat kein Bruce mehr ahhh ta.. Habe ich ein bisschen gerammt. Wichtig schön. Krass, der kommt da. Deiner? Ich gehe erstmal weg, ganz kurz. Ich fühle mich grad nicht so sicher irgendwie auf dem Bein. Die Runden eben waren so mega. Das bist du okay. Deiner? Ich zischle den Typen, okay? Oh, der andere ist noch da. Oh, den habe ich ausgespielt. Nice. Okay. Super. Den habe ich da ausgespielt. Und wo hast du den zerstört? Schön. Wir brauchen immer noch so ein Zauberwort. Einfach nur GO! Ich will ab jetzt das GO-Wort einfach als Wort dafür, dass du einfach da nur den Ball zentral aufs Tor bekommst. Du weißt, du kannst durchgehen. Sobald ich GO mache, ich schreie auch wirklich GO, okay? Okay. Also ich schreie es dann wirklich. Damit es jeder mitbekommt, auch die Nachbarn soll. Das ist auch wichtig für die Nachbarn natürlich. Schade. Warte, für dich nochmal vielleicht? Ja, lass, 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 lass. Ja, ja. Schade. Letzte Winstreak? Ja, aber das ist Zeit. Habe ich? Habe ich nochmal? Schönes Ding. Oh, jetzt will er mich zerstören, da. Oh, wenn du das. Ball kommt, Ball kommt. Ich sehe das. Aber ich komme nicht mehr ran. Wahrscheinlich. Und jetzt kommen die an mit what is safe, weißt du? Der will mich da zerstören und ich habe da noch nicht die Position, die ich brauche. Und dann kommt da what is safe. Ja, Leute. Ja, ja, ich habe schon gesehen. Ah, die sind getriggert, oder wie? Ja, ja, ja. Ich merke das schon. Ja, sind die getriggert, die Leutchen? Habe ich? Okay, das wird ein Spiel, Leute. Das wird ein Spiel. Pass auf. Das Spiel wird Trigger. Ich geh nochmal hin. Oder doch? Xbox Controller. Ich kann nicht dahin, du musst irgendwie versuchen, so ein bisschen... Okay, habe ich. Habe ich nicht. Alles gut ist drüber. Ist der Stör ein? Doch nicht, er schwingt hoch. Oh Gott. Alles gut, habe ich. Hätte ich anders spielen können. Bin nicht gut gewesen. Wer hast du? Aber ich geh ins Tor. Kommunikation ist da gerade. Aber kein Boost. Ich habe keinen Boost. Ich habe keinen Boost. Habe ich. Habe ich. Alles super. Hast du nochmal? Ja. Aber keinen Boost. Alles gut. Er, komm raus damit. Ich kann aber nicht mitgehen. Musst du nochmal selber machen. Ich sammle hier die kleinen Boosts ein. Du hast Zeit auch ein bisschen. Ja, ich habe überhaupt keinen Boost mit. Alles gut. Sorry, ich muss den Boost kurz stealen. Er hat den Boost gesteilt. Gerade. Ich habe ihn nicht bekommen. Hast du den nochmal? Ja. Hast du den gehabt? Okay. Ich habe Boost. Los geht's. Raus damit. Ich habe Boost. Oh nein. Schön. Wäre er nicht gegangen, aber gut. Copy. Aber der. Nice, Nico. Nice. Nice. Aber kein Boost mehr jetzt wieder. Alles gut. Ich gehe drauf. 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 Alles gut. Kannst du ihn nehmen? Nein. Das war schön. Triggered. Geliebt. Das war so ein krankes Match.